Hier ist ein Lücker, ein krass Beichnoden. Wie schnell sich das Feuer vorfrisst. Es fliegt ja auch alles runter. Es ist gleich vorbei. Wir stehen jetzt seit 5 Minuten runter. Das ist aber alles richtig schnell. Es ist wirklich ganz schön warm hier. Es ist krass, oder? Ja. Obwohl der Wind zur anderen Seite geht. Erst trocken die Straße. Wenn Sie wieder aus Trocken geh cart, observere an der Zaun und nicht bei meiner Seite gehen. Und Sie werden weiter가�rado können. Da können Sie einen Krass bewegen, Aber es braucht ein Trost und eine,. iejsn quir,